Wie fühlt man sich wieder on the road? Unter der Woche sind wir zuhause oder basteln jetzt zur Zeit am Umgrund. Dann haben wir die Videos gedreht zu drei Singles, die wir gleichzeitig veröffentlichen und solche Sachen. Eine von den Singles ist dieses Buenos Dias Messias. Hat etwas Aufruhr verursacht, weil ihr habt ja gewisse Medienzentren überfallen. Und zwar mit den Slogans. Wir sind gegen die Manipulation der Masse. Kein Applaus für Scheiße. Und die Medien vermitteln... Ein zu einfaches und simplifizierte Werte- und Moralvorstellungen. Was sind für euch die Medien? Die Medien ist in dem Fall vielleicht ein bisschen zu weit gefasst. Aber wir leben in einer Gesellschaft und wir wachsen da hinein. Die Informationsrevolution findet in diesem Moment statt. Die Allgegenwart von Informationen durch Kabelfernsehen, Internet, Briefkästen und Telefon und immer. Immer die ganze Zeit ist man informiert. Es ist aber so, dass im Kabelfernsehen zum Beispiel Information natürlich auch sortiert und manipuliert wird, um einen Markt zu befriedigen, der aber auch erstmal gezüchtet werden muss. Man läuft mit Informationen nach Angebot und Nachfrage. Und das ist verantwortungslos. Jede dritte, vierte, fünfte doofe Hausfrau wird da auf irgendeinen Stuhl gezählt und erzählt irgendeinen Dreck. Und es gibt Leute, die halten das dann für bare Münze oder sowas. Das finde ich wirklich gefährlich. Die kulturellen Moralen. Also das hat nicht mit irgendwelchen Sittenwächter Reitetun. Aber die Moralvorstellungen, die kulturellen Moralvorstellungen, die gemeinsamen Begriffswelten, in der wir leben und kommunizieren, die wird total verwaschen, ausgewaschen und verliert ihre Konturen und ihre Profile. Die Autonomie-Gerilla geht raus und sagt, dass es solche Umstände gibt, dass es gefährlich ist und dass man bitte nicht vergessen soll, als Informationshersteller, wie auch als Informationskonsument, dass man das verantwortungsbewusst machen soll und dass man nicht verlernen soll, seine eigene Meinung, sich seine eigene Meinung zu bilden und dass man sich nie genieren sollte, zu sagen, ach, davon habe ich keine Ahnung. So, da gehen wir als Autonomie-Gerilla, wir, die selber ja auch deren Bilder genommen werden und die auch für Trennung gemacht werden, die da ist geklaut, Fanta 4, Sellout, Fanta 4 ist toll, Fanta 4 ist scheiße. Die nehmen unsere Bild und benutzen es überall und arbeiten damit, ja, und machen damit neue Informationen und machen Klischees. Wir gehen dann endlich mal zu diesen Leuten, diese Bilder machen von uns, diese Artikelbilder von uns machen, halten eine Kamera ins Gesicht und schon werden sie beleidigt und rufen die Polizei. Wen habt ihr genau überfallen und wieso genau diese? Das war ein logistisches Ding in vielerlei Hinsicht. Die Idee ist geboren aufgrund des Songs, soviel auch zu dem Vorwurf der PR-Aktion. Selbstverständlich ist es auch eine PR-Aktion, aber es ist auch ein ernst gemeinter Inhalt. Und dann war es in Berlin. Also dann haben wir erst mal von unserem Produktionsbüro unheimlich viele Sachen, die in Berlin passieren, gesagt. Ob das jetzt von einer lesbischen Frauensauna bis hin zum Kleintenzüchtervereintreffen, bis hin zur Landessdeutschen Filmpreise ging, haben wir alles auf dem Zettel gehabt. Später haben wir herausgefunden, nein, es geht jetzt speziell um die Meinungsmacher. Also fingen wir an Medien zu nehmen und da gibt es halt in Berlin jetzt eine gewisse beschränkte Auswahl. Du hast halt den Film- und Fernsehzentrum in Babelsberg, da hast du halt eine gute Zeit der schlechten Zeiten und da wurde gerade der Otto-Film gedreht. Aber der ist gescheitert, oder? Der Otto-Dreh ist gescheitert, ja, weil die haben uns dann raus. Die haben uns voll geil bestrahlt. Klar, ich finde wir hatten, dass das der einzige Auswahl war, eine ziemlich gute Trefferquote gehabt. Wie waren denn die Reaktionen auf die Medium-Geräte? Die war seit einem total sauer auf uns, aber der Programmchef ist richtig cool. Hat gesagt, er hat vor 15 Jahren unsere Platten aufgelegt, was mich sehr interessant finde, weil wir erst seit 10 Jahren Fanta 4 sind. Die Fans unterscheiden sich in die Fans, die uns grundsätzlich unfassblindlings gut finden, weil wir so abwesensreiche Sachen machen, weil wir Dinge machen, über die Musik hinausgehen, die fanden das toll. Und dann gab es welche, die gesagt haben, ach, das bringt's doch nicht, ihr benutzt doch selber die Medien aus. Da muss ich sagen, nur ein Sünder kann geläutert werden. Ich kann doch nicht gegen irgendwas protestieren, wenn ich nicht weiß, wovon ich da spreche. Leute, ich habe eine kompetente Meinung, was dieses Thema angeht, deshalb kann ich auch dagegen protestieren. Und es gab welche, die gesagt haben, ja, das bringt's doch nicht, das guckt doch nur doofe Leute, ihr müsst eine Diskussionsveranstaltung machen. Auch denen sage ich, wenn ich jetzt an die Universität eine Diskussionsveranstaltung mache, rede ich mit Leuten, die das sowieso schon wissen. Da mehr Applaus abzuholen ist nun wirklich nicht schwer und damit ändere ich noch weniger als nichts. Immerhin haben wir es mit der Aktion gerade in so billigem Wetter wie die Wildwirtschaft und die Bunte und die Mühlen der Informationen laufen nun mal über die großen Kanälen für eine Diskussion. Hier ständig, du kommst, du redest mit darüber. Und wir haben diesen Videoclip und der führt auch in Diskussion.